Hallo und herzlich willkommen zum Input Video Schuldentilgung mit dem Tabellenkalkulationsprogramm 2. Noch ein kleiner Hinweis, wenn du den Teil 1 aus dem Mindeststandard noch nicht angeschaut hast, solltest du dies zuerst tun. Du wirst nun lernen, wie man mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Numbers die Rückzahlung eines Darlehens berechnen kann. Die Aufgabe ist folgende. Familie Krause möchte sich ein Haus kaufen. Um dieses finanzieren zu können, muss ich die Familie 150.000 Euro von der Bank leihen. Die Bank verlangt 4,5% Zinsen und die Familie kann 9.000 Euro im Jahr zurückzahlen. Nach wie vielen Jahren hat die Familie das Darlehen zurückgezahlt? Als erstes musst du eine Formel in das Feld einfügen. Hierfür kann man entweder auf Einfügen und dann auf Neue Formel klicken, oder man drückt einfach die CTRL und Istgleich-Taste. Jetzt kannst du die Restschuld zum Jahresanfang angeben, also das Feld B2. Als nächstes musst du die Zinsen angeben. Hierfür musst du das Produkt von der Restschuld zu Jahresanfang und dem Zinssatz berechnen, also das Produkt von B6 und B4. Bei der Tilgung musst du einfach die jährliche Rate B3 minus die Zinsen C6 eingeben. Um nun die Restschuld zu Jahresende zu berechnen, musst du einfach die Restschuld zu Jahresanfang B6 minus die Tilgung D6 eingeben. Jetzt kannst du mit der nächsten Zeile weitermachen. Bei der Restschuld zu Jahresanfang müssen wir einfach die gleiche Zahl wie bei der Restschuld zu Jahresende aus dem Vorjahr nehmen, also in diesem Fall E6. Bei den Zinsen musst du nun wieder in die Zeile oben die Restschuld zu Jahresanfang mal den Zinssatz eingeben, also B7 und B4. Aber Achtung, da du deine Zeile kopieren möchtest, damit du nicht alles einzeln eingeben musst, musst du auf B4 klicken und auf Zeile beibehalten und Spalte beibehalten klicken. Bei der Tilgung musst du wieder die jährliche Rate B3 minus die Zinsen C7 berechnen. Hier musst du wieder bei den Zinsen auf B3 klicken und dann auf Zeile beibehalten und Spalte beibehalten klicken. Bei der Restschuld zu Jahresende verändert sich nichts. Hier kannst du einfach die obere Spalte kopieren und unten einfügen. Jetzt kannst du die gesamte zweite Spalte kopieren und in alle unteren einfügen. Jetzt kannst du schauen, ab wann die Restschuld zu Jahresende im negativen Bereich ist. So lange muss das Darlehen abbezahlt werden. Wie du sehen kannst, hat Familie Krause ihr Darlehen nach 32 Jahren abbezahlt. Das war's mit dem Input-Video. Viel Spaß beim Lernen!